Ihr seid würdige Opfergaben für die Götter des Nordens. Die Welt der Menschen ist im Untergang geweiht. Macht das Axt schief, zerstört sie! Die Welt geht unter. Kommt zu uns, rein in eure Seele. Wir gehorchen euren Befehl. Dein Blut wird meine Klinge ölen. Eure loyalen Diener. Schickt uns los, mein Lord. Ich hab keinen Bock auf dem Duell. Deswegen lassen wir das einfach die Schützen machen. Und die Pferdchen. Für Magnus und das Imperium. Sagt einfach Bescheid, mein Lord. Er will ein Duell. Er sagt, er muss ein Duell haben. Ich muss sein Pächer. Scheiße, Alter, zieh's hier rein. Und sein Pferdchen wird euch alle vernichten. Eure loyalen Diener. Unsere Pfade ist euer. Die haben unseren Gräuferingern lang gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob das ein großer Verlust ist. Anscheinend war das Ding eh nicht so dolle, aber... Das ist schon ein bisschen doof, ne? Das ist schon ein bisschen doof, ne? Das Böse wohnt im Herzen aller Menschen. Das Böse wohnt im Herzen aller Menschen. Ich habe gerade was von Gold gesagt. Eure Truppen warten auf Befehle. Wie Sigma befiehlt. Ich schwöre bei Sigma. Eure Soldaten sind bereit, mein Lord. Der Sieg ist unser... Okay, der Grollbringer ist hin. Ne, der Grollwerfer ist hin. Hm. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er es mit einer Kanone aus Nullen an... aufnehmen kann. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Schade, aber nicht schlimm. Das gibt es immer richtig gut Asche. Und die haben immer noch keine Erfahrung gekriegt. Wieso denn nicht? Die haben nur die ganze Zeit gefeitet. Meine Güte. Hm. Truppenvoll. Wir haben 20.000 Taler am Start. Hier sind die Truppen auch voll. 20.000 Taler. Wow. Die größte Armee aus Menschen und Elfen seit dem großen Krieg gegen das Chaos sammelt sich im Südwesten. Im Süden liegen die Ruinen in Karlstadt. Vor zwei Jahrhunderten von einer Horde Dämonen zerstört, die von Kultisten gerufen wurden. Späher berichten, dass sich in den Ruinen wieder Chaos-Anhänger herumtreiben. Das ist ein Duell. Das setzen wir einfach... Parieren hoch, Windstärke. Fünf Punkte in Parieren. Ja, wir werden keine 15 Punkte mehr erhalten und wir werden... Selbst wenn wir sie erhalten, werden wir sie ganz bestimmt nicht ins Duell stecken. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Bammel, aber wir nehmen einfach die Rüstung. Ich glaube, die können wir auch im Duell verwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und probieren unser Klömer. Und weil es eine Stadt ist, können wir vielleicht sogar Truppen aufwerten und all sonst nicht noch machen. Wir haben urviel Kohle. Von der Aura des Chaos zu den Ruinen von Karlstadt gelockt, will ein Champion Nurgles dem Pestgord ein großes Opfer darbringen. Bin ich mit mir, Bursche? Mundklaue. Ignoriert Rüstung. Nice. Aus 30 Ausdauer. Schwert der Gerechtigkeit. Plus 100% Trefferchance. Plus 20% Anstormbonus. Das hört sich jetzt nicht schlecht an. 20.30. Oh, okay. Das hört sich super gut an. Okay. Steg ein, Stefan. Der Mörder Otto Grubas. Welch Glück. Der Imperator belohnt die Tapfersten. Die Günstlinge Nörgels kann man nicht verletzen. Doch genau das werden wir tun. Ja warum sie das so reingebracht haben. Das weiß ich ja nicht. Die Günstlinge Nörgels kann man nicht verletzen. Ja ist auf jeden Fall ganz schön hässlich. Aber so sind die Nörgelskinder. Alles am Pott hässlich. Oh noch was geplündert. Nehmen wir ein Gegenstand. Dann gab's. Ja gut. Zwo, fünf. Was wir machen können ist checken ob er die Waffe die er gerade abgelegt hat. Ob wir die dem Typen hier eben. Zauberstab der Macht geht mal hier hin. Ähm. Trigger erzählen werden das wenn man so lange den Korn ist. So können wir schwersten für die Zone gelten etwas anhaben. Schwertes Mann dreht der auch eine deutliche Verbesserung. Ähm. Okay das sind alle die einen Banner tragen können. Das ist nicht viel. Magier. Magier. Magier steif auch nochmal zum Magier. Ja. Dann müssen wir dann nochmal abchecken welche wir nehmen. Okay. Was ist er da jetzt für ein Stab? Ja. Plus zehn Prozent auf alle Zauber. Minus 25 Prozent Reaktivierungszeit. Kometen. 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 Das ist ganz cool. Ähm. Minus zehn. Ja. Aber die zehn Prozent auf den Kometen. Und der Komet ist ja eigentlich ziemlich oft da. Wer kann das kriegen? Den Helm? Hast du einen Helm, Junge? Du hast ja gar keinen Helm auf. Glatze und Helm. Das ist auch kein Zustand. Wir sind im Krieg. Okay. Oh. Irgendwas ist hier gerade los? Oh. Ich fürchte, ich habe einen Absturz. Fallass. Um. Oh. Auf den Absturz mit einem Schluck Federweißen. Wir hoffen wir mal, dass es halbwegs der stinkende Abgeschlossene, das sollte es sein. Alles ist gut, aber das macht das Spiel ganz gut. Ich glaube vor jeder Schlachter, nach jeder Schlachter. Achso, wir waren beim hin und her chinchen, genau. Und wir hatten geschimpft, dass er ja den Glatzenpeter hat. Guck mal, das hat er alles nicht gespeichert, alles klar. Äh, 10%, aber ich glaube er hat ein Amulett. Nahkampfschadenresistenz. Das ist nicht schlecht, ne? Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum wir im Duell so gut abschneiden. Nimm mal. Der Gegner macht generell... Ja. Okay, hat er gleich angezogen. Guter Mann. Das machen wir so... Okay, genau, wir hatten das mit dem Drachen hier abgecheckt, ne? Ja, ja. Und dann... Sie wurden aber nicht, ähm... Die Zwerge wurden nicht schneller, nachdem wir den Drachenmantel gegeben haben. Deswegen ist es ziemlich Wumpe. So. Und hier hatten wir noch... Genau. Schwertes Mandret geht an den Priester. Weil das auch eine deutliche Verbesserung gewesen ist. Gut. Ähm... Bleiben wir bei plus 10% oder machen wir minus 25% Reaktivierungszeit?